Schön, dass du dich für die Beckenboden-Yoga-Ausbildung interessierst. Ich möchte dir kurz näher erklären, was du hier bekommst. Diese Beckenboden-Yoga-Ausbildung ist eine ganz einzigartige Ausbildung, eine einzigartige Methode und danach bist du sowohl Yoga-Lehrerin als auch Beckenbodentrainerin. Es ist keine vollständige Yoga-Ausbildung. Wir lernen die Basis des Yoga. Also alles, was wichtig ist für Yoga, um Yoga zu unterrichten, aber es ist keine komplette Yoga-Ausbildung, weil das müsste dann über mehrere Jahre laufen. Aber du bekommst schon mal den Basiszugang zu Asanas, zur Philosophie, zur Meditation, Pranayama, all diese Dinge, all diese Yoga-Inhalte bekommst du mit dieser Ausbildung. Und vielen reicht es dann schon. Viele möchten eigentlich noch eine Yoga-Ausbildung danach machen, aber nach dieser Beckenboden-Yoga-Ausbildung sagen sie, das ist schon genug für sie. Und es ist wirklich eine sehr gute Basis, wenn man Yoga-Lehrerin werden möchte oder auch wenn man schon Yoga-Lehrerin ist, weil diese Basis, die du hier lernst, die fehlt in den Yoga-Ausbildungen oder wird vielleicht kurz angerissen. Also es ist wirklich, wenn du ein stabiles Fundament haben möchtest und sehr viel wichtiges Wissen über Alignment, über Hintergründe, dann ist diese Ausbildung das Richtige für dich, egal ob du schon jahrelang Yoga unterrichtest oder noch nicht. Diese Ausbildung ist wirklich sehr ganzheitlich, also dein ganzes Leben umfassend. Auch wenn du vielleicht die Ausbildung beginnst mit dem Gefühl, du möchtest andere unterrichten, wirst du schnell merken, dass diese Ausbildung für dich ist und dein Leben bereichert und zwar auf ganz vielfältige Weise. Also es ist sehr persönlich. Du gehst in individuelle Prozesse und du musst diese Prozesse auch annehmen wollen. Also wir arbeiten ja ganz viel mit den beiden unteren Chakren und es kann gut sein, dass da die Themen dieser Chakren auftauchen und es vielleicht auch mal ein bisschen schmerzhafter für dich wird. Ja, dass schmerzhafte Themen auftauchen, mit denen du, die befreit werden möchten. Das ist deine Gelegenheit zur Heilung. Aber du musst vorher wissen, ob du das möchtest. Ja, es ist eine sehr tiefgehende Arbeit, eine sehr tiefgehende Ausbildung. Und du bekommst sehr viel Hintergrundwissen, sehr viel anatomisches Hintergrundwissen, physiologisches. Ja, wie sind die Zusammenhänge im Körper mit dem Beckenboden, aber auch die Zusammenhänge von Psyche und Geist. Also wirklich allumfassend mit Zentrum Beckenboden. Es ist neun Monate in dieser Ausbildung geht es um deinen Beckenboden. Und dass du einen guten Zugang zu deinem Beckenboden bekommst, dass du lernst, ihn flexibel zu nutzen, dass er kraftvoll ist, dass er aber auch komplett entspannen kann. Ja, wir brauchen diese Dynamik und das wird dir ganz viel geben für dein Leben, für deinen Alltag. Und dieses Geschenk, diese Geschenke, die du darin erfährst, kannst du dann weitergeben und andere Menschen beschenken, die es dir wirklich danken werden. Also diese Ausbildung ist wirklich eine Forschungsreise in dein Innerstes, in deine innere Mitte. Und bei all dem, was wir lernen und an Wissen integrieren, ist mir sehr wichtig, dass wir eine gute Verbindung haben, eine gute Basis. Das heißt, in die Ausbildung sind Redekreise integriert, dass wir von Herz zu Herz Verbindungen erschaffen in unserer Gruppe. Also es ist immer eine ganz, ganz schöne Gruppe. Selbst wenn wir eine Online-Ausbildung haben, ist es eine große Verbindung und da ist ganz viel Unterstützung in dieser Gruppe. Ja, es ist wirklich Frauenpower, die du da erleben wirst, diese Unterstützung einer Frauengruppe, die dich trägt durch diese Zeit. Und auch im Nachhinein ist es gut, verbunden zu bleiben und ihr könnt euch weiter im Beckenboden-Yoga-Lehren-Portal vernetzen. Du wirst den Beckenboden in einer Tiefe erfahren, die du dir jetzt noch gar nicht vorstellen kannst. Also egal, wo du jetzt gerade mit deinem Beckenboden stehst, am Ende der Ausbildung wirst du viel tiefer gekommen sein. Und du wirst viele Erkenntnisse haben über dich, über dein Leben, über deinen Körper. Du wirst auch Erkenntnisse haben über deinen Energiefluss. Ja, wie gehst du mit deiner Energie um? Wie kannst du Energie generieren? Ja, dass diese Schaktik-Kraft dich trägt, dass du dich von dieser innewohnenden Kraft führen lässt durch dein Leben. Und fast wie nebenbei sorgst du präventiv für deinen Beckenboden. Ja, dass du deinen Beckenboden gesund erhältst oder ihn auch gesünder machst. Ja, die meisten Menschen vergessen ihren Beckenboden, haben ihren Beckenboden vergessen und dadurch ist er nicht in einem guten Zustand. Und der wird wieder richtig schön saftig und lebendig und flexibel werden und auch kräftiger. Das heißt, du tust dir selbst wirklich Gutes, weil spätestens nach den Wechseljahren haben unglaublich viele Frauen Probleme mit dem Beckenboden, mit Inkontinenz, mit Senkungsbeschwerden. Und da sorgst du wirklich gut vor und hilfst eben auch wieder anderen Menschen, anderen Frauen und Männern auch vorzusorgen. Denn bei vielen Menschen verbessern sich die Symptome mit dem Beckenboden und ja, du bekommst das Gefühl, du kannst wirklich was für dich tun, für deinen Beckenboden. Und du musst dich nicht abfinden mit Beckenbodenbeschwerden. Ja, wir können eine Menge dagegen tun. Und das ist eine ganz wichtige Sache für so viele Frauen in dieser Welt. Und es ist so wichtig, dass dieses Beckenboden-Yoga mehr, mehr Verbreitung in die Welt erfährt. Und du kannst ein Teil davon sein. Du kannst Beckenboden-Yoga in deiner ganz eigenen Art und Weise weitergeben. Und so viele Menschen damit bereichern und auch dabei Geld verdienen. Geld verdienen, indem du etwas Gutes tust, etwas wirklich Hilfreiches für die Welt. Wenn du nochmal genauer wissen möchtest, was die Inhalte der Ausbildung sind, dann schau dir das Curriculum an. Das ist auf der Internetseite verlinkt. Und ich werde schauen, dass ich noch ein Video dazu mache, in dem ich dir die Ausbildungsinhalte etwas näher bringe. Ja, ich würde mich sehr freuen, dich begrüßen zu dürfen. Und wir können gerne gemeinsam herausfinden, ob diese Ausbildung genau das Richtige für dich ist. Die Ausbildung findet in einer ganz kleinen Gruppe mit maximal zwölf Teilnehmern statt. Das heißt, wenn du dabei sein möchtest, dann solltest du ein volles Ja dafür haben und alle Zweifel aus dem Weg räumen. Und vorher mit mir sprechen, dass wir gemeinsam schauen, ob diese Ausbildung für dich jetzt dran ist, ob sie geeignet ist für dich. Und dazu bucht ihr bitte einen Termin, einen unverbindlichen Termin für ein kostenloses Vorgespräch mit mir. Und dann, wenn du dabei sein möchtest, dann schau dir das, wenn du dabei sein möchtest, dann schau dir das, wenn du dabei sein möchtest. Und dann, wenn du dabei sein möchtest, dann schau dir das, wenn du dabei sein möchtest. Vielen Dank.